ETH Bibliothek. Mein Name ist Nicole Graf und ich leite das Bildarchiv der ETH Bibliothek Zürich. Heute führe ich Sie durch dieses Kolloquium mit unserem Gast Margarete Pratschke. Kurz noch drei, vier Infos zum Ablauf heute Abend. Der Vortrag wird wie immer rund eine halbe Stunde dauern. Die zweite halbe Stunde ist dann der Diskussion gewidmet. Und für diejenigen, die anschließend immer noch mögen, in kleineren Gruppen weiter diskutieren möchten, werden wir eine Breakout-Session anbieten. Und Margarete Pratschke wird dann jede Gruppe einzeln besuchen. Wir nehmen das ganze Kolloquium inklusive Diskussion auf. Sie werden aber dabei nicht gefilmt werden, nur der Bildschirm mit der sprechenden Person wird aufgenommen. Das Video werden wir dann in Kürze auch online stellen. Sie können Ihre Fragen laufend in den Chat schreiben oder anschließend mündlich stellen. Und wir möchten Sie nun bitten, alle Ihr Mikrofon stumm zu schalten. Gut, dann würde ich kurz unseren Gast heute einführen. Margarete Pratschke ist Kunst- und Bildhistorikerin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Das Technische Bild des Hermann-von-Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort hat sie über ein sehr, sehr spannendes Thema Windows, Windows als Tableau zur Bildgeschichte grafischer Benutzeroberflächen promoviert. Dann war sie von 2010 bis 2017 Postdoc an der Professur für Wissenschaftsforschung hier an der ETH Zürich. Seither war sie Interimsleiterin der Forschungsstelle Das Technische Bild und Vertretungsprofessorin für Geschichte und Theorie der Form sowie Professorin für Kunst und Bildgeschichte der Modernen am Institut für Kunst und Bildgeschichte der Humboldt-Uni. Seit 2019 setzt sich mit den digitalen Dilettanten Computer Vision als Kennerschaft auseinander. Das ist ein von der Volkswagen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt, das in der Förderlinie Originalitätsverdacht an der Humboldt-Uni läuft. Und dieses Semester hat sie eine Gastprofessur für Geschichte und Theorie an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Und schliesslich erhielt sie 2016 für ihre an der ETH Zürich entstandene Monografie zum Psychologischen Institut im Berliner Stadtschloss, den Karoline von Humboldt-Preis. So, jetzt kurz eine kurze Einführung noch zum Vortrag. Computer Vision ist ja ein Feld der digitalen Bildkultur, das als Teil der künstlichen Intelligenzforschung derzeit rasante Fortschritte erzielt und quasi in aller Munde ist. Margarete Pratschke berichtet über diese Entwicklungen und was KI als Blickregime und Tool für den Umgang mit digitalen Bildbeständen mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund der zunehmenden Nutzung von KI-basierten Verfahren wird sie untersuchen, vor welchen Herausforderungen insbesondere Kultur- und Gesächtnisinstitutionen, also wir, bei der Schliessungsanalyse unserer digitalen Bestände stehen. Anhand aktueller Beispiele, unter anderem auch aus dem Bildarchiv der ETH-Bibliothek, wird sie kritisch nach den Möglichkeiten und Grenzen von Computer Vision fragen. Insbesondere inwieweit hier konservative Methoden, aber auch kommerzielle Interessen in progressivem Gewand daherkommen. Ziel des Vortrags ist es damit auch, ethische Richtlinien im Umgang mit KI für Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zu etablieren. Ja, das alles verspricht ganz, ganz spannend zu werden. Und jetzt übergebe ich nun aber endlich das Wort an Margarete Pratschke. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen. Herzlichen Dank, liebe Nicole. Kann man mich gut verstehen? Ja, ich bekomme ein Zeichen. Wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich im Rahmen des Kolloquiums an der ETH-Bibliothek sprechen darf. Es ist mir eine große Ehre und Freude, zumal ich mit der Nicole Graf seit jetzt ja einigen Jahren mich austausche und wir viele gemeinsame Diskussionen geführt haben. Und insofern freue ich mich wirklich sehr, heute auch ganz intensiv auf das derzeitige Pilotprojekt zur KI im Bildarchiv einzugehen. Und ich teile jetzt meinen Bildschirm. Ich hoffe, das klappt, wie sonst auch immer. Kann man das gut sehen? Das ist die erste, wunderbar. Gut. Also, ich fange gleich an mit dem ersten Bild, das einigen von Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte. Mein erster von fünf Punkten, so können sich auch Ihre Konditionen etwas einteilen, lautet Madonna oder Kartoffelsack. Ein Traum von einer Maschine. Die querformatige Schwarz-Weiß-Fotografie gibt den Blick frei auf einen Traum von einer Maschine. Die glänzend aufgenommene historische Fotografie von 1955 zeigt das Maschinenlabor der ETH Zürich, in deren Maschinenhalle die Escher-Weiß-Dampfturbine zu sehen ist. Die Fotografie befindet sich im Bestand des Bildarchivs der ETH-Bibliothek. Um das Bild in digitaler Form in der hauseigenen Bilddatbank digital adressierbar und auffindbar zu machen, musste es mit Metadaten versehen und verschlagwortet werden. Nur so, mit Text versehen, lassen sich Bilder in der alphanumerischen Maschine überhaupt verarbeitbar machen. Sie erinnern sich vielleicht an den Vortrag von Sibylle Krämer, wo ich auch zugehört habe. Und ich werde also die Kulturtechniken von Schrift und Zahl heute um die Kulturtechnik des Bildes quasi erweitern. Diese textuelle Verfügbarmachung ist, das weiß jeder, der mit Bilddatenbanken arbeitet, überaus aufwendig und zeitintensiv. Mithilfe einer KI-basierten Anwendung hingegen wird diese Arbeit im Handstreich im Moment der Ausführung ganz ohne menschliches Zutun und ohne die Expertise eines Bildarchivars oder einer Bildarchivarin automatisch erledigt und mit Schlagworten versehen. In einer aktuellen Pilotstudie im ETH-Bildarchiv wurde das Eingangsbild per KI-basiertem Autotagging binnen weniger Sekunden mit Schlagworten wie Industrie, Maschine, Produktion, Technologie, Treibstoff und so weiter versehen. Damit erfüllt sich ein lang gehegter Traum der künstlichen Intelligenzforschung. Vor gerade einmal 30 Jahren war ein derart automatisch ablaufender Bilderkennungsmechanismus für Kunsthistoriker und die wenigen digitalen Bildwissenschaftler noch absolute Zukunftsmusik. Ob künstliche Intelligenz jemals den Unterschied zwischen einer Madonna und einem Sack Kartoffeln erkennen und somit die Form auf Bildern in ihren Bedeutungen erfassen könnte, war in den 1980er Jahren noch schlicht unvorstellbar. Das hat sich grundlegend geändert. Die per KI betriebene automatisierte Bilderkennung ist seit den 2010er Jahren, gemessen an den bis dahin eher schwerfällig ablaufenden Entwicklungen, fast über Nacht so erfolgreich geworden, dass sie auch im Feld des Kulturguts und der Kunst erprobt wird und seither mit großen Schritten Erfolge erzielt. Wie das Eingangsbeispiel aus dem ETH-Bildarchiv auch zeigte. Es dauerte aber nicht lang, bis Stimmen vernehmbar wurden, die vollmundig die Frage stellten, Die populär daherkommende Rede von den durch KI arbeitslos werdenden Kunsthistorikerinnen ist einigermaßen provokant. Man kann sie aber sicher gelassen sehen, denke ich. Gewiss werden wir, also Kunst- und Bildhistorikerinnen, Bildwissenschaftlerinnen und Bildarchivarinnen nicht alle arbeitslos. Aber es zeichnen sich doch durch die Computer Vision-Verfahren deutliche Veränderungen, vielleicht auch Verschiebungen ab, die die Kompetenzen, Berufsbilder und vor allem die erprobten Methoden der Bildarchivierung und insbesondere der Bildanalyse betreffen. Vor diesem Hintergrund oder vor diesem Horizont bedarf es eines bildkritischen Blicks, der unter die Lupe nimmt, ob etwa die durch maschinelle Szenen identifizierten Bildobjekte und die gesetzten Schlagworte für das bildliche Kulturgut überhaupt treffsicher genug sind und unter welchen Prämissen sie vergeben wurden. Schon ein erster näherer Blick auf die für das Eingangsbild per Autotagging vergebenen Schlagworte machen deutlich, dass die Identifizierung hier neben den nachvollziehbaren Begriffen auch Widersprüche, Fehler und seltsame Bedeutungszuschreibungen enthält. Die Forderung nach der Entscheidungsfähigkeit zwischen einer Madonnenfigur und einem Sack Kartoffeln scheint also alles andere als endgültig entschieden. Und Sie sehen hier, hier wird auch Verkehrssystem angeboten oder Mühle oder Stahl, was alles nur so ungefähr zutrifft oder gar nicht. Zweitens, die Macht der Bilder. KI, Computer Vision und Bildtrainingsdatensätze. Das Feld der automatisierten Bildanalyse war als Teil der KI-Forschung wie die KI selbst schon seit ihren Anfängen in den 1950er Jahren vor allem von großen Versprechen gekennzeichnet, die nicht eben überzeugenden, oft kleinteiligen Ergebnissen der KI gegenüberstanden. Ich verkürze dies jetzt aus Zeitgründen ganz stark. Da könnte man jetzt lange über KI-Winter und bestimmte Verfahren reden. Eine Trendwende setzte in den 2010er Jahren ein. Dank der gewachsenen Prozessorleistungen, einer Masse an im Netz zur Verfügung stehenden Daten bzw. Bilddaten, Stichwort Big Data und Deep Learning und dem Durchbruch künstlicher neuronaler Netze, vor allem sogenannter Convolutional Neural Netz, kam es zu einem Paradigmenwechsel und man könnte sagen in der Folge zu einem Hype um KI und Computer Vision. Ausgangspunkt hierfür bildete ein Bildkorpus. Mit dem 2009 veröffentlichten ImageNet wurden von einer Forschergruppe um die Informatikerin Fai-Fai Lee 14 Millionen Bilder zusammengetragen, die zu einzelnen Begriffen und Kategorien orientiert an der hierarchischen Struktur von WordNet Bilder ordnete, die per Hand von Crowdworkern mithilfe des Amazon-Dienstes Mechanical Turk annotiert und mit bestimmten Begriffen und Bildelementen, bestimmte Begriffe und Bildelemente verknüpft wurden und auch Objekte auf den Bildern umrisshaft mit Boxen gelabelt wurden. Eine Heidenarbeit. Mit diesem Bilddatensatz wurde seit 2010 bis 2017 der ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge ausgetragen. Ein Wettbewerb, in dem KI-basierte Software-Systeme aus dem Bereich des Deep Learning und der Objekterkennung gegeneinander antraten, um die Bilder oder beziehungsweise einen Teil des Gesamtdatensatzes korrekt zu klassifizieren und Bildobjekte zu erkennen. Dabei gelangt 2012, also noch gar nicht so lange her, ein Quantensprung durch Jeffrey Hinton und andere mithilfe eines sogenannten Convolutional Neural Nets, das bei der Fehlerrate die übrigen Bewerber um 41 Prozent hinter sich ließ und seither zu einem neuen, weit verbreiteten Maßstab wurde. Und Sie sehen das hier, jetzt kann ich meine Maus nicht ansteuern, aber 2012 sehen Sie, sagen einen Punkt ziemlich weit unten und der nächste Punkt ist weiter oben und dieser Abstand zeigt hier sozusagen den Abstand um die 41 Prozent zu den anderen Bewerbern. ImageNet wurde nicht zuletzt durch diesen Wettbewerb zum mächtigsten Bildkorpus der jüngeren Bildgeschichte, könnte man sagen. Die an ihm trainierten künstlichen neuronalen Netze sind weithin in Gebrauch und verbreiten die in ImageNet angelegten Zuschreibungen von Bildern und ihren Bedeutungen. Zugleich sind seither immer neue, teils größere Bildtrainingsdatensätze veröffentlicht worden, zum Beispiel Open Image von Google mit 9 Millionen Bildern in 6000 Kategorien. Konzerne wie Google, Facebook und Amazon haben ihre eigenen internen Datensätze mit Abermillionen von Bildern etabliert, die aus den von Usern auf den eigenen Plattformen eingestellt worden sind. Denken Sie dadurch auch zum Beispiel einen immensen Wert einer Plattform wie Instagram für Facebook. Google operiert intern mit einem proprietären, also nicht veröffentlichten Bildtrainingsdatensatz namens JFT300M Dataset, der sage und schreibe 300 Millionen Bilder umfassen soll. Die aus der Kombination von massiver Prozessorleistung, immensen Bildersammlungen und künstlichen neuronalen Netzen resultierenden Fortschritte bei der Bilderkennung schlagen sich in vielen KI-Forschungsfeldern, aber auch wissenschaftlichen, industriellen und somit kommerziellen Anwendungen nieder. Da fehlt leider ein Bild. Es kommt irgendwann und dann sage ich nochmal was dazu. Ob autonomes Fahren, Krebserkennung, Gesichtserkennung, alles basiert zu einem guten Teil auf den mit Computer Vision automatisiert ausgewerteten Bilddaten. Hier werden rasante, faszinierende, manchmal auch besorgniserregende Ergebnisse, wie etwa auf dem Gebiet der Entwicklung autonomer Waffensysteme erzielt. Und Konzerne wie Google, Facebook oder Amazon haben die KI-basierte Bilderkennung längst in ihre Dienstleistungen und Apps integriert. Nicht immer fällt uns das auf. Nicht genug zu betonen ist dabei, dass die zugrunde liegenden Bildtrainingsdatensätze von einem höchst problematischen Bias durchzogen sind. Die Medienteoretikerin Kate Crawford und der Künstler Trevor Paglin haben gezeigt, wie ImageNet insbesondere in der Kategorie Person von völlig indiskutablen, teils physiognomisch oder phrenologisch fundierten Annahmen und Vorurteilen in Bezug auf die enthaltenen Bilder durchzogen sind. Die Kategorie wurde dann auch zunächst einmal entfernt. Und ich zeige Ihnen hier zwei Beispiele, die die beiden aufführen. Ich glaube, sie erfordern keinerlei Kommentar. Als grundlegende Kritik äußern sie, Beispiele, aber wenn wir an den Training Imagen haben, in Computer Vision System, finden wir eine Bedrock composed of shaky und skewed Assumptions. Images are remarkably slippery things laden mit multiple potential meanings, irresolvable questions and contradictions. Entire subfields of philosophy, art history and media theory are dedicated to teasing out all the nuances of the unstable relationship between images and meanings. Es klingt wie eine Aufforderung an uns alle, uns mehr mit diesen Bildtrainingsdatensätzen zu befassen. Die daran anschließende Debatte drehte sich vornehmlich um den Bias in Bezug auf die Kategorie Person, Stichworte Race, Class, Gender, die Frage von Persönlichkeitsrechten, aber auch die soziale und global geografische Zusammensetzung der labelnden Crowdworker von Mechanical Turk und die Frage, ob sie überhaupt in der Lage waren, alles blitzschnell korrekt zu labeln. Es schlossen sich Projekte zu vielen anderen Bildtrainingsdatensätzen an, vor allem diejenigen zur Gesichtserkennung, die die Grundlagen von biometrischen Überwachungstechnologien bilden, die schon aufgrund der obskuren Wege ihrer Datensammlung Persönlichkeitsrechte verletzten. Stichwort Recht am eigenen Bild. Das geschah und geschieht vornehmlich nicht aus dem Feld der Geisteswissenschaften heraus, sondern vor allem durch Medienkünstler. Eine systematischere Kritik und kritische Auseinandersetzung mit den Bildern und Bedeutungszuschreibungen von Bildtrainingsdatensätzen wie ImageNet, die von Crawford und Patlin angestoßen wurde und die steht also immer noch aus. Auch wenn das Problembewusstsein mittlerweile gestiegen ist, muss eine ethische KI auf dem Gebiet der Computer Vision eine weitaus umfassendere bildkritische Komponente für die Bilder insgesamt aber eben noch entwickeln. Und diese ethischen und bildkritischen Aspekte werden auch für Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zur Herausforderung, die sich zunehmend der Verfahren der KI-basierten automatisierten Bilderkennung ihrer Bildbestände bedienen oder dies künftig tun werden. Vor allem auch, wenn mit vortrainierten Modellen, zum Beispiel an ImageNet vortrainierten Modellen gearbeitet wird, die dann den Bias ihrer Trainingsdaten mit auf andere Bilder und Bildbestände übertragen. Drittens die Bling-Bling-Transformation. Man könnte auch sagen Kulturgut zwischen Handtaschen und autonomen Waffensystemen. Kultur- und Gedächtnisinstitutionen. Da ist das Bild, das ich Ihnen vorhin zeigen wollte. Also Sie sehen hier potenzielle Anwendungsfelder von autonomen Waffensystemen über autonomes Fahren, Gesichtserkennung, aber auch zum Beispiel medizinische Anwendungen wie hier Tumorforschung, die mithilfe von Computer Vision auch vorangetrieben werden. Kultur- und Gedächtnisinstitutionen, die sich also für die Erschließung ihrer Bildbestände auf das Feld der Computer Vision bewagen, bewegen sich mithin unweigerlich inmitten eines höchst kommerzialisierten und wie beschrieben nicht eben ethisch unproblematischen Felds, das von Konzernen bestimmt wird, deren Computer Vision-Modelle sich zwischen personalisierten Geschmacks- und Kaufempfehlungen, etwa zum Kauf von Handtaschen, Gesichtserkennung und der Entwicklung autonomer Waffensysteme und nicht zuletzt den Logiken von Social-Media-Bildwelten bewegen. Bilder und mithin bildliches Kulturgut aus Kultur- und Gedächtnisinstitutionen sind für IT-Konzerne wie Google insofern immens attraktiv, weil das Herz der User bei den Bildern schlägt. Der Erfolg von Social-Media-Plattformen wie Instagram von Facebook sind hierfür eindeutiges Indiz und dort lässt sich viel über den Geschmack und die Vorlieben von Usern herausfinden, um User- und Werbeprofile zu optimieren. Bildlichkeit gehört umgekehrt zum Kerngeschäft von Kultur- und Gedächtnisinstitutionen. Viele von diesen Institutionen haben in ambitionierten Computer Vision Vorhaben und diversen Experimenten stellen oder haben das unter Beweis gestellt oder stellen das zurzeit unter Beweis, dass selbst trainierte Netze passgenau Bildbestände zu erschließen in der Lage sind. Zum Beispiel aktuell in einem Projekt der Library of Congress, um zum Beispiel Bilder in Zeitungskondoluten zu erschließen. Zunehmend kommt es aber auch zu Kollaborationen von Kulturinstitutionen und IT-Konzernen, so etwa im Museumsbereich, wo man sich dann auf das Know-how von diesen Konzernen stützt. So etwa in den vom Metropolitan Museum mit Microsoft vollzogenen Experimenten, mit den eigenen digitalen Bildbeständen oder in der Kollaboration zwischen dem MoMA und Google. Dort, wo mit vortrainierten Modellen von IT-Konzernen auf das Kulturgut zugegriffen wird, kommt es bisweilen aber auch zu bemerkenswerten Transformationen, was unser herkömmliches, kritisch wissenschaftliches Verständnis von Bildlichkeit oder auch von Kunst betrifft. Ein besonders sprechendes Beispiel manifestiert sich in den von Google betriebenen Experimenten mit den digitalen Bildbeständen, die von Museen und Bildarchiven auf die Plattform Google Arts & Culture eingestellt werden. Hier setzt Google bei der Bildanalyse und Sortierung auf Computer Vision oder auch Machine Learning auf, Zitat, purely visual recognition of the entire collection. Und ich zeige Ihnen hier einen Screenshot aus dem Ted Talk des Leiters von Google Arts & Culture, Amit Saad. Wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich das einmal ansehen. Im Handstreich ist das Auto-Tagging hier in der Lage, Formen und Bildinhalte zu erkennen, indem es von Google trainierte Computer Vision Modelle anwendet. Solche Verfahren machen aus dem automatisiert erkannten Material Gold und das sehen Sie jetzt gerade hier, solche Verfahren machen aus dem automatisiert erkannten Material Gold im Handumdrehen das Schlagwort Bling Bling und unterwerfen so den analytischen Zugriff auf Kunst, Bilder und visuelle Kultur dem Social Media Jargon à la Google. Genau an solchen zunächst eigentlich nur ganz minimal erscheinenden Veränderungen deuten sich fundamentalere, begriffliche wie methodische Verschiebungen für bildwissenschaftlich operierende Fächer, etwa die Kunstgeschichte an, sobald Player wie Google beginnen, selbst Kunstgeschichte zu betreiben. Denn ein Schlagwort wie Bling Bling anstelle von Gold verändert tradierte Semantiken im Umgang mit Kunst und mit Bildern. Googles Zugriff auf das kulturelle Kulturerbe hat aber auch umfassendere Konsequenzen. Sie manifestieren sich in der Suchmaschine Googles, die unseren Zugang zu Wissen wie kaum ein anderes Tool bestimmt. Dort zeigt sich, dass die von den Digital Humanities vielbeschworenen digitalen Dekanonisierungseffekte ins Gegenteil umschlagen können. Eine Suchanfrage zum Stichwort Kunstwerk liefert den althergebrachten immer gleichen Meisterwerkekanon, zum Beispiel Van Goghs Sternennacht, die Mona Lisa von Leonardo und so weiter und fällt damit in überholte ästhetische Konzepte und Kunstverständnisse zurück. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn man gleich nach Top Ten Art fragt, da kommt zum Beispiel dann die Gegenwartskunst überhaupt nicht vor. Die von Computer Vision mit bestimmten Such- und Empfehlungsmechanismen schränken hier den Zugriff auf Kulturgut und einen bildkritischen Umgang mit Kunst also durchaus ein. Inwieweit solche Entwicklungen und Veränderungen auch bei den selbst von Kultur- und Gedächtnisinstitutionen betriebenen Computer Vision Projekten greifen, möchte ich im Folgenden am Beispiel einer Pilotstudie des ETH-Bildarchivs diskutieren. Also viertens, das Nichterkennen alter Hüte. Im Bildarchiv der ETH-Bibliothek wird derzeit das KI-basierte Autotagging im Digital Asset Management System Cumulus der Firma Canto erprobt, die hierfür ein proprietäres, vortrainiertes Computer Vision Modell der Firma Clarify nutzt. Ich zeige Ihnen jetzt hier die Seite, die wir herkömmliche User aber erst mal sehen. Ich zeige Ihnen aber auch gleich noch das Backend. Etwas 700 Bilder wurden in diesem Projekt repräsentativ aus dem Bestand ausgewählt und die Ergebnisse evaluiert. Weitere Bestände werden vertiefend folgen. Und an der Stelle gilt mein ganz, ganz besonderer Dank Nicole Graf und Nadine Grundmann, die mir sehr tiefe Einblicke in das Vorhaben gegeben haben und ihre Einsichten mit mir und die Resultate bisherigen geteilt haben. Und wir haben auch ein exzellentes Vorgespräch schon geführt und mir ist viel Material zur Verfügung gestellt worden. Also vielen Dank Nicole und vielen Dank Nadine. Das bereits eingangs angesprochene Autotagging-Beispiel in Cumulus verwendet das vortrainierte Modell General von Clarify. Die ersten Ergebnisse des Projekts lassen allgemeinere Schlüsse über die Funktionalität, aber auch Dysfunktionalität der Nutzung vortrainierter Computer Vision-Modelle durch Kultur- und Gedächtnisinstitutionen ziehen. Und deswegen ist das Projekt so spannend. Die Resultate des Autotagging, dies zeigt sich schon am Bild der Maschinenhalle, sind oft Tags, sind oft bis zu zwölf Tags, von denen einige erstaunlich treffsicher sind. Nicht nur was Bildelemente, sondern auch was thematische Oberbegriffe angeht. Und dies lässt sich durchaus als ein großer Erfolg werten. Ich hoffe, Sie können das jetzt einigermaßen sehen anhand der Screenshots. Ich hoffe, Ihr Bildschirm ist jeweils groß genug. Auch wenn sich einige Fehltreffer unter den automatisch vergebenen Schlagwörtern befinden, sind für Bildmotive aus fast allen verschiedenen bisher autogetaggten Bildbeständen zutreffende Tags vorhanden. Hier zum Beispiel Tanz, Menschen, Kleidung, Erwachsene, vielleicht auch zwei. Darunter mischen sich aber auch immer wieder ungewöhnliche Begriffe, die sich eher als Stimmungen oder Moods, wie hier First Dance, charakterisieren lassen. Aber, das ist die Kehrseite der Medaille, es finden sich in nahezu bei fast allen Bildern nicht zutreffende Schlagwörter, gewissermaßen Fehlinterpretationen. Etwa, wenn auf einer menschenleeren Eishöhle Erwachsene und neben Tunnel auch Metro als Begriff vergeben wird. Einige der unzutreffenden Schlagwörter resultieren aber auch aus einer nicht sauberen Übersetzung aus dem Englischen beziehungsweise im Englischen belassenen Begriffe, also das Begriffsraster ist manchmal das Problem. So etwa beim gut erkannten, mit Wasserfall getaggten Bild, das unter anderem Rock als Begriff angibt, was hier wohl eher Fels als das Kleidungsstück bedeuten dürfte. Darüber hinaus sind auch völlige Fehlübersetzungen vorhanden. So bei der Maschinenhalle der Begriff Mühle, bei dem es sich vermutlich um eine falsche Übersetzung des Begriffs Mill, also eher Fabrik handelt. Und das sind Begriffe, die automatisch angesetzt werden. Weitere Falschzuweisungen von Schlagwörtern, die am Bildgegenstand vorbeigehen, häufen sich bei abstrakten Bildformen, zum Beispiel hier diesen Maiskolben. Bis auf Schwarz-Weiß-Fotografie und Abbildungen konnte nur ein weiteres und das ausgerechnet falsches Schlagwort gesetzt werden, nämlich im Freien. Auch bei abstrakten Mustern und Strukturen hier einer Mikrofotografie versagt das Autotagging, wenngleich auf besonders hübsche Weise, muss man sagen, weil hier Schokolade, Süßigkeit, Nachspeise als Schlagwörter angesetzt wurden. Dies resultiert vermutlich aus dem Training des Modells anhand fotorealistischer, gegenständlicher Bilder, was hier einfach nicht zutrifft. Insofern könnte man fragen, ob das für die Bilder vielleicht auch das falsche Modell ist. Auffallend viele vergebene, nicht zutreffende Schlagwörter betreffen die historische Dimension. So etwa historische Attribute, historisch in Anführungszeichen, etwa hier bei diesem Einstein-Porträt der Hut, der als Deckel und Schleier angesetzt wird, weil er vermutlich nicht unserer durchschnittlichen heutigen Kleidung entspricht. Dies gilt auch für historische Objekte wie einen Zeppelin, der nicht benannt werden konnte, wenn auch die Annäherung Flugzeug, Schiff und Fahrzeug als Begriffe gesetzt wurden. Insofern scheint Historicität, scheinen historische Bildgegenstände nicht immer treffsicher genug erkannt zu werden, was für ein Bildarchiv mit historischen Bildbeständen natürlich besonders problematisch ist. Wie sehr sich das gesamte Auto-Tagging-System von Clarify an heutige Bild, an heutigen Bildwelten und Bildkonventionen orientiert, zeigt sich auch daran, dass automatisierte Content-Moderation angeboten wird. Mit Auto-Tagging-Klassifizierung und Sie sehen das jetzt auf der linken Seite außen in dem Register Auto-Tagging-Control an vierter Stelle leicht abgekürzt. Da heißt es Auto-Tagging-Klassifizierung. Mit Auto-Tagging-Klassifizierung entspricht es jenen Mechanismen, die zum Schutz der User auf Social-Media-Plattformen greifen, also Stichwort Classified, um zum Beispiel Gewalt und Pornografie zu filtern, aber auch zum Beispiel weibliche nackte Brüste, die dann auf Basis der Moralvorstellungen in den Community-Guidelines von Plattformen wie Instagram und Facebook der automatisierten Zensur zum Opfer fallen. Und das kann dann schon einmal für ein Kunstwerk problematisch werden, denken Sie an Skulpturen. Auch was Bildmedien und Kunstgattungen angeht, sind die Ergebnisse des Auto-Tagging weder konsistent noch völlig treffsicher. So werden Schwarz-Weiß-Fotografien nicht durchgehend, wie hier zum Beispiel mit dem Schlagwort Schwarz-Weiß-Fotografie versehen. Sobald jedoch keine Fotografie vorliegt, wie hier im Fall einer gemalten Postkarte scheint automatisch das Schlagwort Kunst vergeben zu werden. Jedoch wird im Fall einer Buchmalerei zwar wiederum Kunst als Schlagwort gesetzt, jedoch gleichzeitig ein Widerspruch durch die parallele Vergabe von Fresco, Malerei, Manuskript, Buch hinsichtlich Medium und Gattung erzeugt. Eine besonders fragwürdige, aus meiner Sicht, eine besonders fragwürdige Verschlagwortung, die sich gleich 22 Mal in den bisher autogetackten Beispielen findet, ist die Kategorie Schön. Sie umfasst überwiegend Landschaftsbilder, die sich vor allem durch Symmetrien, Spiegelungen und klare Horizontlinien auszeichnen, aber auch symmetrisch angeordnete Schmetterlinge, symmetrisch angeordnete Blüten und so weiter. Es findet sich aber auch eine Brücke darunter, die aber auch irgendwie besonders gleichmäßig daherkommt. Hier wird die Verschlagwortung durch Werten der Mechanismen, die einer bildkritischen Auseinandersetzung völlig zuwiderlaufen, in ihren objektiven Ansprüchen konterkariert. Sie folgt damit einem an Natur- und Symmetrieformationen orientierten, überholten ästhetischen Konzept und zugleich einem populären Konzept von Schönheit, das sich heute in den vielen Wasserfall-Selfies auf Social Media wieder seine Bahn zu brechen scheint. Schließlich zeichnet sich das Auto-Tagging-Verfahren mit dem Modell General von Clarify, aber auch in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet als besonders effizient aus. So werden auffallend treffend etwa Militäruniformen oder Bildgegenstände aus militärischen Kontexten erkannt, wie hier die Gruppe an Soldaten auf einer Postkarte. Also Sie sehen hier gleich, dass ihr eben Uniform, Militär, Militäruniform getaggt wurde. Dies geschieht auch auf, man könnte sagen, überdeterminierte Weise. Etwa, wenn die historische Fotografie des Zeppelins in Zürich auch mit Krieg, Militär und Soldat verschlagwortet wird, ohne dass die gezeigten Betrachter Uniformen an hätten oder das Ganze irgendwas damit zu tun hätte. Und so wird schließlich auch die Schwarz-Weiß-Fotografie eines allein in einer Landschaft sitzenden Mannes per Schlagwort in einen nicht stattfindenden Krieg versetzt, weil es mit Krieg getaggt wird. Insofern lässt sich bis hierhin aus einer ersten kritischen Prüfung des KI-basierten Autotaggings festhalten, dass hier deutliche Verschiebungen zu herkömmlichen von Bildarchivarinnen und Archivaren per Hand vorgenommene Verschlagwortungen und somit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Bildmaterial zu beobachten sind. Der Blick der Computer Vision, Blick in Anführungsstrichen, die hier durch ein vortrainiertes Modell zum Einsatz kommt, zeichnet sich durch Ahistorizität, bildmediale Unsicherheiten, die Einwebung von moralischen Wertungen, aber auch das Einbringen von überholten Schönheitsvorstellungen und die Unkenntnis von Kunstgattungen und eine Überdeterminiertheit in Bezug auf militärische Kontexte aus. All dies ließe sich im Verhältnis zu wissenschaftlichen, bildarchivarischen Standards als deutliche Veränderung, teilweise auch Dysfunktionalität und vielleicht auch als Resultat eines gewissen Bias bezeichnen. Das bringt mich zu meinem fünften Punkt und meinem letzten. Bias als Resultat von Business-Strategie, Clarify. Anders als beim offenen Trainingsdatensatz ImageNet bleibt der Blick auf den proprietären Bildtrainingsdatensatz von Clarify als Quelle für einen möglichen Bias im vortrainierten Modell verwehrt. Und das war bisher der Weg, um solchen seltsamen Umschichtungen auf die Spur zu kommen. Ich schlage vor, anders als diese bisherige quasi Quellenkritik, wie das Crawford und Patlin an ImageNet vorgenommen haben, den Blick auch unbedingt auf Business-Modelle zu richten. Also hier in diesem Fall quasi auf die Firma Clarify selbst. Clarify wurde 2013 von Matt Zeiler mit seinem Gewinn des ImageNet-Wettbewerbs gegründet. Als Startup mit 40 Millionen Dollar Venture Capital spielt es in der KI-Industrie auf einer Ebene um Kunden mit den Großen der Branche wie Google und Amazon mit. Ein Blick auf die Website rühmt die Endless Possibilities, die sich mit KI und Computer Vision für die Kunden ergeben. Und Sie sehen hier auf der Webseite dann auch gleich Use Cases, Industries und Ready-to-Use Models. Unter den Ready-to-Use Models, das ist bezeichnend, finden sich neben zum Beispiel ein Apparel-Model, ein Modemodell, ein Celebrity-Model, es geht um Color, Demographics, aber auch um zum Beispiel Not-Safe-for-Work-Model, aber auch das besagte General-Model, People-Model und so weiter. Aber auch ein Vehicle-Model, also es geht um Autoerkennung. Kultur- und Gedächtnisinstitutionen lassen sich, das zeigt dieses Beispiel, aber man könnte jetzt auch andere untersuchen, mit diesen Clarify-Modellen mithin auf ein Spiel inmitten eines höchst kommerziellen Feldes ein, das von einem mit Venture Capital betriebenen Start-Ups betrieben wird. Unter den Industries, auf die Clarify mit seinen Angeboten abzielt, finden sich, ich klicke mal weiter, ich habe Screenshots gemacht, hier sind die Ready-to-Use Models, hier sind einige zu sehen, nur das geht dann noch weiter. Und hier die Industries und hier sehen Sie E-Commerce, Brick and Mortar, da geht es also um die Gestaltung von tatsächlich so Supermarkt-Kaufhaus-Experiences, es geht um Aviation, es geht um Tourism und so weiter und so fort. Also auch wieder um kommerzielle Felder. Man muss dann schon etwas suchen, um etwas versteckt, kurz vor dem Schlusslicht Digital Asset Management auf Public Sector zu stoßen. Und wenn man dann dieses Feld mit diesem Jet anklickt, wird klar, worum es hier geht und worin das hier etwas geschickt versteckte, sicherlich auch aus PR-Gründen, nicht ganz vorne Angestellte, wer der Adressat und Hauptkunde von Clarify ist. Denn es geht um Defense, es geht um Verteidigung, bebildert mit dem Kampfjet. Erst nach dem Anklicken wird ausgesprochen, wer eben einer der Hauptkunden ist, das Pentagon. Der Bias im Modell General, der sich in der Pilotstudie im ETH-Bildarchiv mit den vielen militärischen Treffern niederschlägt, könnte diesem Umstand geschuldet sein und diesem Großkundenfeld von Clarify geschuldet sein. Und Kulturgut wird mithin quasi eingezwängt zwischen Kommerz und Verteidigung. Gerade in Bezug auf die Entwicklung von militärischen Verteidigungswerkzeugen hat Clarify eine ziemlich unrühmliche Rolle in der KI-Industrie gespielt. Anders als Microsoft und Google hat sich Matt Zeiler von Clarify geweigert, der Entwicklung autonomer Waffensysteme, die tödliche Zwecke verfolgen, abzuschwören oder sich ethische Regularien aufzuerlegen, was einige Mitarbeiter zum öffentlich wirksamen Verlassen der Firma geführt hat. Auch wenn KI-Ethik-Abteilungen der IT-Konzerne ein Feigenblatt sein mögen, hat eine durchaus doch sehr, sehr wichtige und zentrale Debatte um Frage nach ethischen Richtlinien und Grenzen von KI-betriebenen Verfahren vor allem auch im Feld der Computer Vision begonnen. Auch sicherlich aufgrund der Problematik des Bias in den Trainingsdatensätzen in Bezug auf Zuschreibungen zu Personen. Eine Debatte allerdings um Richtlinien für die Nutzung von KI in Kultur- und Gedächtnisinstitutionen hat noch nicht, zumindest noch nicht wirklich rege stattgefunden. Vorreiter, und damit komme ich auch schon zum Schluss, damit ich nicht allzu sehr überziehe, sind hier die Bibliotheken. Im Sommer hat der Internationale Bibliotheksverbund IFLA das Statement on Libraries and Artificial Intelligence erlassen. Allerdings, und das ist auch bezeichnend, findet hier natürlich bildliches Kulturgut keine explizite Erwähnung. Insofern verstehe ich meinen Beitrag als Diskussionsbeitrag, um eine Debatte anzustoßen und auch an Richtlinien die Fragen der Transparenz für Bilder in Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zu etablieren, zu beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Margarete. Das war wahnsinnig interessant jetzt alles bis zum Schluss, wo wir ja quasi jetzt aufgefordert werden, dass wir das diskutieren. Ich glaube, das werden wir heute nicht machen oder ein bisschen vielleicht von Ihnen etwas hören. Falls jetzt nicht gerade wir bedrängt werden mit Fragen, es schaut jetzt gerade nicht so aus, Margarete, wollen wir so ein bisschen ins Thema einsteigen zusammen. Unbedingt. Oder, dass wir ein bisschen jetzt… Ich freue mich natürlich auch über Fragen, Nachfragen und die Frage, ob das, was du im ETH-Bildarchiv mit anstößt, auf Zustimmung stößt, auf vergleichbare Projekte an anderer Stelle vielleicht. Das würde mich auch sehr interessieren, ob die Community etwas zu berichten weiß. Genau. Warten wir es mal ab. Also vielleicht kann ich ja noch dazu sagen… Ich würde mal die Präsentation jetzt kurz beenden, damit ich mehr Gesichter sehe. Wenige Gesichter. Ein paar. Genau. Im Chat kommt etwas. Okay, dann nehme ich mal die Frage aus dem Chat. Können wir damit beginnen. Es wäre sehr spannend, verschiedene kommerzielle Systeme bzw. unterschiedliche Algorithmen, Pakete zum General Model zu vergleichen. Ist das geplant? Das ist genau meine Anfangsfrage gewesen übrigens, die ich jetzt der Nicole gestellt hätte. Gut, ich meine, nee, im Moment ist das nicht geplant, weil wir sind ja tatsächlich dann auch immer angewiesen auf die Anbieter. Was bietet unsere DEM uns eigentlich an und wie kann das miteinander verknüpft werden? Aber wir haben doch, es gibt schon Masterarbeiten, die die verschiedenen Systeme auch verglichen haben. Das läuft so ein bisschen im Hintergrund. Und zwar haben die das mit unseren Beständen, mit deinem Bestand gemacht. Also ich würde mir das natürlich auch genauso wie der Fragende absolut wünschen. Und es gibt ein vergleichbares Beispiel, das vor kurzem ein White Paper publiziert hat an der Carnegie Mellon University, an den Libraries, die ihre Fotobestände einerseits haben wie selber Netze trainiert, sie haben aber auch mit der Google Cloud Vision API gearbeitet. Und die kommen zu einem sehr schnellen, sehr radikalen Einschluss und sagen, it's absolutely useless. Was ich bemerkenswert finde, denn ich würde vermuten, dass Google in manchen Feldern vermutlich treffsicher sein könnte, weil sie ganz stark eben inzwischen auch mit Google Arts & Culture, mit den Bildbeständen, mit historischen Bildbeständen und auch Kunstwerken experimentieren. Und insofern wäre es auch mir ein ganz großes Anliegen, das auszuprobieren, weil es im Moment tatsächlich sozusagen auch in Bezug auf die uns ja sehr, uns allen, die wir jetzt hier zusammen sind, sehr bekannten Bildgegenstände in unseren Archiven uns einen Einblick darüber gibt, wie zum Beispiel Google oder andere Bilder per Computer Vision erkennen. Und das betrifft uns ja nun in den Auswirkungen ganz stark. Denn man kann das nicht losgelöst dann von dem Gesamtkonzept von solchen und den Gesamtunternehmensstrategien losgelöst davon verstehen. Und wir wissen gerade, Google ist ein ganz wichtiger Player im Zugang zu Wissen, Partner, Konkurrent zu Bibliotheken und Archiven. Und zu verstehen, wie diese Mechanismen greifen, da lässt sich doch was erkennen. Und das zeigt sich jetzt ja auch, finde ich, ganz, ganz präzise an den Ergebnissen, die bei den Ergebnissen, die jetzt im ETH-Projekt sich zeigen. Also wie viel da schon funktioniert, wie viel aber auch nicht funktioniert. Und gleichzeitig, wie groß dann teilweise umgekehrt die Versprechungen sind, die man dann auf den Webseiten findet. Die großen Versprechungen der KI hören also nicht auf. Seit den 50er-Jahren gehört das irgendwie zum Ton dazu. Ja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht aufhören, zu intellektuell zu beschlagworten. Das kommt noch überhaupt nicht in Frage. Das machen wir schon auch immer noch. Aber es ist so ein bisschen ausprobieren und vielleicht eben gewisse Keywords, die wir nie setzen würden, kommen jetzt halt hier raus. Und das ist wie ein zusätzlicher Zugriff auf unsere Daten. Also für uns ist es quasi eine Spielerei im Moment noch eine Anreicherung, was wir sonst machen. Aber wir werden das natürlich weiter testen jetzt ab nächstem Jahr. Und vielleicht müssen wir das auch in Angriff nehmen, dass wir vielleicht wirklich mal noch mit anderen Google oder so testen. Und klar, wer weiss. Genau, im Chat ist dann noch weiter jetzt, finde ich interessant. Und vielleicht beweist das Beispiel, dass insbesondere für historisches Material die Nutzer, also die Bibliothekenmodelle trainieren, als Ground Truth erarbeiten und dann der Akademie zur Verfügung stellen. Ich denke, mittellangfristig sollte es eigentlich in die Richtung gehen, denke ich auch, dass man quasi, was man jetzt ja sieht, bei AI, es werden die modernen Bilder, die sind durchgetaggt. Und das ist quasi meistens die Grundlage für die ganzen Modelle. Und unsere historischen Bilder, die kommen da ja gar nicht vor. Der Einstein wird noch nicht erkannt und so weiter. Und das, denke ich, wäre schon etwas für uns, wo wir was bieten könnten, dass künftig historische Bilder auch erkannt werden. Aber es wäre dann eben ganz wichtig, genau da dann auf ganz andere Standards von Transparenz zu achten, ja. Ich fände es zum Beispiel auch überaus wünschenswert, also die Ergebnisse, die jetzt zum Beispiel mit Clarify erzielt werden, wenn man die nach außen geben würde, ja. Also wenn man Nutzern andere Einstiege in die Bildsuche ermöglicht dadurch, dass man ganz klar bezeichnet, dass bestimmte Tags KI-basiert entstanden sind. Und ich fände es dann genauso wichtig zu zeigen, das sind die, die wir als gut empfunden haben, die wir jetzt freigeben. Es gibt aber auch noch andere und das sind die und die. Also, dass man so ein Visualisierungsmodell wählen könnte, um zu zeigen, um sozusagen keine wiederum schiefen Einsichten zu zementieren, sondern auch zu zeigen, wo die Fehler und Fehlerraten liegen. Das fände ich enorm, enorm wichtig an der Stelle. Und natürlich könnte die Bibliotheks-Community oder die Archiv-Community oder die Museums-Community natürlich und müsste natürlich das Ganze Open Source tun. Also, nicht proprietär. Also nicht Bilder zu Google schicken in die Cloud oder zu Clarify irgendwann, sondern der Wunsch wäre natürlich schon, dass man das selbst in der Hand hätte. Und das passiert ja an vielen Stellen schon, aber das wäre eine weitere Frage. Das ist natürlich enorm aufwendig und auch zeitintensiv. Aber hier sind noch mehr Fragen eingestellt. Ja, genau. Wie ist Ihre Erfahrung bei der Gesichtserkennung, wenn die Personen seitlich abgebildet sind? Wir brauchen das eigentlich gar nicht, das Face, weil das, also da haben wir keine Erfahrung. Dieses Modell für Face-Gesichtserkennung haben wir nicht großflächig getestet. Dann waren wir zur nächsten Frage. Kann das von Ihnen eingesetzte Modell mit den manuell getaggten Begriffen trainiert werden und können die Modelle dann nachgenutzt werden? Das ist natürlich die Blackbox. Wir können nicht mal. Wir haben ein ganz kleines Beispiel bei diesen Tags, dieser Ausspuck, diese vielen, vielen Tags. Da haben wir dann gemerkt, und das ist jetzt banal, dass gewisse Tags grossgeschrieben sind und gewisse kleinen, also auch Substantive, die einfach klein rauskommen und teilweise dann doppelt. Und das stört uns Bibliothekarien natürlich massiv. Und da haben wir mal bei Clarify angefragt, ja, könnten wir nicht Ihnen zurückmelden, was da falsch ist? Und wir könnten diese Listen natürlich bereinigen und so. Kein Interesse. Also dann denke ich, die haben, die wollen auch nicht von uns im Moment zurückgespielt bekommen, was wir da rauskriegen. Wir wissen nicht, was die machen. Wir wissen nicht, wann das Modell abgedatet wird. Also eigentlich wissen wir ziemlich wenig. Dann die nächste Frage wäre Tagging, dann vielleicht eher über Crowdsourcing für den jeweiligen Bereich, wie es zum Beispiel das Projekt Artigo für Kunstwerke versucht hatte und das leider gerade offline ist. Genau, müsste Ihrer Meinung nach sich dann erst auf eine Ontologie geeignet werden wie Icon Class? Wir haben eine aktive Crowd. Die dürfen Bilder beschreiben, die dürfen georeferenzieren, aber das Tagging haben wir bis jetzt immer weggelassen. Teilweise ist das natürlich auch der Technik geschuldet. Wir haben nicht so ein System, wo man das jetzt in der Bilddatenbank direkt aufsetzen könnte. Da müsste man ein externes Plattform noch einbinden. Und bis jetzt haben wir das immer, also mit unserem Schlagwortkatalog, der ist zu komplex. Da müssen wir uns auch jeweils einarbeiten. Und das würden wir jetzt uns nicht getrauen, das der Crowd beizubringen, weil es halt relativ uns als sehr aufwendig erscheint. Aber ich denke, die Crowd würde das schon machen. Da würde das bestimmt Spaß machen. Ja und nein. Ich weiß nicht, ob es bei 300 Millionen Bildern noch Spaß macht. Nein, natürlich nicht. Und das macht natürlich, das darf man auch nicht vergessen, also die Effizienz, die jetzt die Modelle haben, die zum Beispiel von Google kommen oder von Clarify kommen, die liegt natürlich daran, dass die Trainingsdatensätze riesengroß sind. Und da stellt sich für mich sozusagen die Gretchenfrage, ob man diese Masse an relativ homogenen, gleichförmigen Daten bei Kulturgut zusammenstellen kann und will. Denn Kulturgut zeichnet sich durch totale Diversität aus. Also es ist relativ schwer, vermutlich in einem historischen Bildarchiv zehn lachende Personen zu finden. Vielleicht auch nicht, aber jetzt in einem Bestand aus einem Archiv. Und gerade wenn ich dann weitergehe in die bildende Kunst, dann wird es wirklich eine Herausforderung. Insofern auch die Frage nach Iconclass finde ich total spannend. Also müsste man sich an bestimmte Ontologien, die bestehen, richten. Ich meine, gerade zum Beispiel die aktuelle digitale Bildkultur, die ja auch im Interesse von Bildwissenschaften liegt, wird ja überhaupt nicht abgebildet. Und gerade für ein Bildarchiv jetzt wie das von der ETH umfasst so viele technische Bildgegenstände, dass es da schwierig werden könnte mit solchen fachspezifischen Ontologien. Und ich meine, der große Reiz von Tags ist, das geht schnell. Das ist bottom up. Das ist unter Umständen nicht top down. Also dieses schnelle Verschlagworten hat seine besonderen Reize, die aber gerade den Ontologien vielleicht wieder entgegenlaufen. Also ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Kulturen. Ah, der Stefan Graf, den sehe ich. Genau, er hebt die Hand. Unmute. Hallo Margarete. Hallo Stefan. Ich danke für diesen Einblick in die Welt des Autotaggings. Mich hat überrascht, dass du eine Frage nicht zu thematisiert hast, dass das dir eigentlich auch eine ethische Frage ist oder sein kann, was denn mit den Bildarchivarien passiert, wenn dieses Autotagging erfolgreich ist, das aus deiner Sicht einfach jetzt noch nicht erfolgreich ist, aber prinzipiell vielleicht sein kann, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und die zweite Frage betrifft den Bias, der ja durchaus auch bei Menschen vorhanden ist, weil die Forschung ja eigentlich zeigt, dass die KI Bias übernimmt, die gesellschaftlich auch verankert sind. Jetzt würde mich interessieren, ob es in der Geschichte der Archive auch Strategien gibt, solche Bias bei menschlichen Archivarien zu thematisieren, zu diskutieren. Und was man daraus vielleicht auch lernen könnte beim Umgang mit neuen Techniken des Taggings. Zwei sehr gute Fragen. Vielen Dank. Die zweite, also eigentlich beide richten sich auch an die Community, die ich gar nicht repräsentiere als Geisteswissenschaftlerin, weil ich ja nicht sozusagen in einem Bildarchiv tätig bin. Ja, was wird, was verändert sich im Berufsfeld? Also vorhin in einem der Frage wurde Ground Truth benannt. Ich glaube, es geht schon darum, auch sich manchmal diesen sehr schnellen, also es gibt ja, ich habe ja vorgestellt, in Bezug auf die Kunstgeschichte wurde sofort laut geschrien, Kunstgeschichte, Kunsthistoriker braucht es nicht mehr, weil das, was Kunsthistoriker machen, kann jetzt der Computer übernehmen, das kann die KI übernehmen. Das, was aber bisher passiert, das sind, da werden sehr, sehr konservative Methoden angewendet oder tauchen wieder auf. Zum Beispiel Echtheitsprüfung ist ein Riesenthema, Zuschreibungsfragen, Datierungsfragen, das, was man in der Kunstgeschichte gemeinhin auch als Kennerschaft bezeichnet. Und ich glaube, gerade diese Methodenkritik, das ist das, was jetzt von Seiten der Geisteswissenschaften und der Bildwissenschaften ganz stark, glaube ich, gefragt ist, klarzumachen, dass gerade auch die Metaphern, mit denen im Feld der KI gearbeitet wird, nämlich, dass es immer, das sind immer neuro- und biologische Metaphern, um das Sehen zu erklären, dass die nicht ausreichend sind. Und da würde ich immer ganz stark auf ein kulturhistorisch fundiertes, tacit knowledge pochen wollen, dass wir versuchen müssen, zu beschreiben, das werden wir nie ganz hermeneutisch auflösen können. Für die Bildarchivare kann ich gar nicht so sehr sprechen, aber die Frage des Bias, also in dem VW-Projekt, das ich mache, geht es genau darum, zu sagen, welche Formen des Sehens und Erkennens greifen hier eigentlich und vielleicht auch an welchen historischen Figuren orientiert sich das. Und ich würde sagen, dieses Sehen und Erkennen, ohne zu sagen, warum, auf Basis großer Bildkenntnis, verschlungen mit kommerziellen Interessen, das ist etwas, was die vorwissenschaftlichen, vorakademischen Figuren, solche wie Kenner, ausgeübt haben. Und die haben eine eigene Theorie visuellen Denkens entwickelt, die sie aber nie so ausgesprochen haben. Solche Dinge müssen wir bergen, um hierfür Modelle anzubieten, die diese Formen des digitalen Dilettantismus beschreiben, ohne sie auch völlig abzuwerten. Und ich glaube, von Seiten von Bibliotheken und Archiven und Museen sollte immer wieder auch auf bestimmte historisch sich entwickelte Methoden beharrt, gepocht werden, um sozusagen hier keinen völlig losgelösten Diskurs von uns als Experten im Feld der Bilder loszutreten, der auch spannend ist, aber ich glaube, wir haben was beizutragen. Okay, ich würde sonst vorschlagen, dass wir doch mit der zweiten Frage in die Breakout-Sessions gehen. Außer es ist jetzt gerade noch irgendjemand, der winkt und tut, dass er unbedingt noch was geklärt haben möchte. Okay, dann würde ich sagen, dann beenden wir hier die offizielle Fragerunde. Wir könnten ja noch länger, das ist klar. Die Zeit ist aber um und diejenigen, die noch hier bleiben möchten, warten zwei Minuten. Wir lassen jetzt mal die, die jetzt wegspringen, weggehen und da gucken wir, wie viele Breakouts wir noch hinkriegen. Wir kriegen viel Applaus, Margarete, kriegst du viel Applaus, super. Ich danke für die Aufmerksamkeit an den Heimischen.